Am Wochenende fanden die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. statt. Ein kleiner Prinz stahl den Royals dabei jedoch die Show. Auf der Abschlussparade turnte Prinz Louis, der jüngste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate, in der Royal Box so sehr herum, dass alle Kameras auf ihn gerichtet waren. Der Mini-Royal zog Grimassen, steckte Mama Kate die Zunge raus und gestikulierte wild herum. Doch Kate nahm die Faxen ihres Jüngsten gelassen hin und reagierte mit einem liebevollen Lächeln. Für Prinz Louis war sein Auftritt beim Thronjubiläum einer der ersten großen Ereignisse mit seiner Familie. Bereits bei der Trooping The Color Parade einige Tage zuvor sorgte der Mini-Royal für einige Lacher, als er sich auf dem Balkon vor lauter Schreck über die Geräuschkulisse die Ohren zuhielt.